Norddeutscher Ruckenschmerzen Norddeutscher Ruckenschmerzen Norddeutscher Ruckenschmerzen blockt viele Leute. Die Frage ist oft, operieren oder nicht. Deswegen hat uns Ruth Ackermann kontaktiert. Ich besuche Frau Ackermann in Oberenbrach. Sie hat starke Schmerzen von der Lenden bis zum Fuss. Die MRI-Untersuchungen zeigen, dass sie mit dem Ruck zusammenhängt. Jetzt bespreche ich mit Ihnen die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Frau Ackermann, Sie haben mir am Telefon erzählt, dass Sie immer wieder Schmerzen im Bein haben. Wo sind diese Schmerzen genau? Im Bein, es fährt am Rücken an. Vor allem hier. Im Gesäss? Ja, hier im Gesässhof. Hier in den Waden ist es ganz schlimm. Und wenn es noch schlimmer wird, geht es bis in die Füsse. Bis in den grossen Zähnen oder kleinen? Nein, hier nicht. In grossen Zähnen? Ja. Das klingt nach einer Problematik der Fünften Lendenwurzeln. Jetzt, wenn der Schmerz einmal auftritt? Also, wenn ich lange stehe. Wenn ich jetzt gegen die Posten gehe und ich anstehen muss, das ist ganz schlimm. Oder wenn ich mit meiner Kollegin weg bin und wir laufen viel herum, und dann stehen wir auch wieder. Dann muss ich immer zwischendrin absitzen. Und ich habe ... Wegen Schmerzen oder hört es dann der Schmerz auf? Der Schmerz ist dann weniger. Also beim Stehen längeres Stehen? Ja, vor allem im Stehen. Und wenn Sie einfach eine Wanderung machen, haben Sie keine Probleme? Doch, auch. Und was ich festgestellt habe, jetzt im Sommer auch beim Schwimmen, wenn ich diese Bewegungen mache, wenn man den Brustschwurm macht, dann einfach die Bewegung der Beine. Das tut mir weh. Das heisst, wenn immer Sie Ihres Becken bewegen, unabhängig von der Belastung, tut das Ihren Schmerzen verursachen. Die ganze, wie Sie schildern, das klingt nach einer Reizung vom Nerv, vom Rücken bis zum grossen Zehen runter, und auf dem Waden ein grosser Teil wird, dass dieser gereizt wird. Also Sie haben, und das konnte man im MRI sehen, Sie haben eine Arthrose von diesen Gelenkfortsätzen, die zwischen den einzelnen Wirbelkörpern sind, die sie verbinden, die Stabilität geben. Und das ist bei Ihnen abgenutzt. Sie sind viel gestanden in Ihrem Leben. Und reizt dann. Wenn Sie regelmässig zufrieden sind mit diesen Schmerzmitteln nehmen, würde ich das noch nicht operieren. Dann würde ich Ihnen noch zurückhalten und die Medikamente töten. Das hätte Ihren Hausarzt sicher recht gehabt. Erst wenn dann die Medikamente nicht mehr genügend wirken und das Leben nicht mehr schön ist für Sie, dann operieren. Ja, ich sehe es auch so. Eine Operation ist immer ein Risiko. Ja, ja, und am Rücken sowieso. Ja, ja. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig.